Willkommen zurück zu Gun-Challenge Einsatzschild Oder Noobst-to-Commander Einsatzschild Tosny, 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 Noobst-to-Commander, genau Oh, ich fühl mich so scheiße mit dem Einsatzschild Ich fühl mich gleich so Ach, lol Nö Kann man das nicht? Doch, kann man so Also wenn du Doppelklick machst, dann stellst du Cent Ich weiß Ich wusste es noch nicht Aber mit dem Einsatzschild glaube ich noch nie Ach, komm doch her Wir laufen beide hinter dem Heer Scheiße, komm her, komm her, komm her, nein, 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 kill mich nicht Wir sind weggegangen Hier kommt noch was Ach, Kacka Oben ist einer drauf Nein Ich wollte den grad töten, scheiße Jawoll Was für ne Hure Komm her Nein Ach, du auch Oh Mann, ich wollte den auch killen Hat nicht funktioniert Sag ich jetzt gar nicht, warum nicht Nein, nein, ich hätte ihn fast getötet Ich stand quasi in ihm Nein, jetzt habe ich es hingestellt Komm her Nein Oh Mann Das kann nicht wahr sein Ach, schwul, ey Jawohl Wie? Oh nein Kannst du mir nicht antun Oh, 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 nein Mit seiner schwulen Snipern Echt einen kill, alter Kann nicht wahr sein Aber mich hat mit dem Ach, stopp doch Jawohl Ich treff die Wichser nicht Zweiter Kill Was? Och, komm, Rammler Nein Sei nicht so gut ich hab mit dem aber noch nicht mal ein hitmarker gemacht das richtig scheiße ach man jawohl nächstes kill nächster kill nächstes kill drei kills man jetzt hör doch auf dem kopf das kann doch nicht wahr sein ich hab mit dem noch keinen kill gemacht voll emotional und so hier gerade ja nein scheiße mein schild war kaputt das hätte gekillt wieder ein schild war kaputt ja die glascheibe geht kaputt und kann man da durchschießen wie jetzt nein nein stück ist zugleich geportet oder so wie gesagt das geht ja gar nicht wir sind ja nicht bei lol geschlechter spieler report for feed geht aber leider nicht weil man hier nicht finden kann oh hallo zwack wie jetzt ich bin tosney und bin in kompeten nein gar nicht wahr aber ich schaff das aber nicht jawohl ich renne den immer drei jahre hinterher und dann kommt so eine scheiße jawohl ach komm man das kann doch gar nicht wahr sein ich hab jetzt fünf ja schön ich hab noch nicht mal nen hitmarker gemacht mit dem scheiß auch wenn es nach dem ging dann hätte ich schon zehn oder so nein die taunts nein ich wurde weggeholt nein ich auch von dem gleichen ich hab null kills also ich hab ja fünf ich hab ja fünf mama ach jawohl noch einer wie jetzt man ich werd die ganze zeit weg geholt und du machst die kills jetzt jawohl noch einer oh wie jetzt hinter uns nein von beiden seiten was soll ich denn noch machen nein ach scheiße ich wusste schon wieder geholt weil mein Schild kaputt war cool weil mein Schild kaputt war cool weil mein Schild kaputt war oh ne granate jetzt wird der jetzt wird der von mir weggeholt oder was nein jetzt hab ich da andere Waffe aufgenommen so das kann doch nicht wahr sein das ja ne kann einfach nicht vielleicht besser bin als du klar kann das siehst du ich hab nicht mal irgendeinen hinterher gemacht noch ein kill wo ist denn der Tollet Assist ich raste aus ich krieg ne assist ich hab schon zwei assist nein ich hab was denn ich hab den krassen mitgenommen wenn ich ihn angehätet hätte ich hätt der granate auf mich geworfen ey warum stellt er ständig das behinderte Schild hin alter oooh Erschütterungsgranate geworfen also keine ahnung wie du das machst aber ich krieg keine kills hin Tja ich kenn halt auch Messern in den Black Ops ja ich auch manchmal gut er mich nur in der granate weg alter kenn ich wurde jetzt auch schon mehr als einmal du hast einfach mal 8 kills ich hätte fast den 9 boah man ey ich hab 2 assist ey kein fucking kill ey nach alles bin jawohl ach komm ein bräter nein ich bin tot steht ein bräter drin der brät uns ganz schön durch Leute meine teamleads ballern auf mich wie killt man denn mit der das wollte ich nicht jetzt sind einfach mal 3 stück oben in dem Haus drin mal wie wie killst du mit dem Schild mit linker maustaste ne mit eh achso ja geil dann machen wir noch ne wiederholung ne ne doch wir machen ne wiederholung ne ne kriegst du nicht doch wir machen ne wiederholung ne ne doch 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 wir müssen doch das ist ne das ist kacke nein ich hab ein schild grad kaputt gemacht scheiße komm töte mich Junge töte mich doch hinter dir wir machen ne wiederholung weil das ist das ist doch jetzt kacke ich hab das nämlich auf dem linker maustas die ganze Zeit gemacht und das funktioniert nicht ja aber du es einfach hinstellst ja das wusste ich ja nicht Ramla wir müssen ne wiederholung machen ne ne doch Ramla ne kriegst du nicht das ist unfair wenn du so dumm bist ja na weil da macht er auch ne bewirken das hat aber nicht funktioniert deswegen hat das nicht funktioniert deswegen krieg ich bloß das nicht wir machen ne wiederholung ne ne kriegst du nicht doch Ramla wir machen ne wiederholung bitte bitte Ramla kannst du knicken bitte bitte knicke bitte ne wiederholung gibts doch keine wiederholung wenn er im Rudern an hat zu blöd ist zu rudern ja der weiß aber jeder wie man rudert ja nein ich weiß doch jeder wie man mit dem Schild jemand tötet wir machen ne wiederholung Ramla doch komm Ramla ne ne Ramla gut wenn ich die verliere zählt der Punkt für mich ne dann ist ausgeglichen oh man wenn ich jetzt gewinne kriegt jeder einen Punkt ja okay wir können was machen dann führe ich immer noch ja ach man ey ach das war scheiße ach ich wusste das nicht deswegen wie siehst du ich hab noch nie mit dem Schild gespielt oh scheiße aber gut dass ich dich am Ende der Runde frage ey scheiße was denn hast du dich voll gesappert wieso hab ich dir einfach ja gesagt wie du gefragt hast man ja dann hätte ich es nie herausgefunden das ist einer Ralf Schumacher ja der ist auch ein ganz ganz schneller das ist zufällig der Bruder von Michael der ist auch mal rennen gefahren ich weiß deswegen hab ich ja gesagt dass einer ein ganz schneller ich bin Ramla und verstehe das nicht doch hab ich schon verstanden also Nubst du gemacht na ganz schnell entsteht an tsch tsch liegs aufhör mal löschen die hängen wir hinten dran ohne schneiden hängen wir hin ja na das hier ja jetzt ja oh erstmal Schild fassen stellen boah bin mega geflasht und bin tot das klingt schnell oh wie öde ein öde glaub das ist auch ne scheiß Map dafür ne geht nein ich mach das schon wieder falsch boah das kann ich machen wieder falsch doch scheiße jawohl Kill hast du schon wieder ein Kill? ja ach man NEIN doch muss ich das schon wieder verlieren ich kann doch gleich sagen ich bin der Beste und wir geben direkt das ganze Projekt auf NEIN NEIN oder war einer von der Seite der Unschild am Rücken gab die Hure lol NEIN daneben ich weiß nicht wie man ein Schild daneben machen kann aber ich hab's geschafft jawohl weiter Kill ach komm und du es nein scheiße ich hab ein Kidmarkt gelackmarkt NEIN yeah Kill jetzt gehts los hier scheiße dreht mich ne jawohl das war mein erster Kill wo ist denn der soweah wo ist denn der? wo ist denn der? wo ist denn der? ich zeh ihn nicht mehr er ist tot nein ich bin tot liner guckt mit der shotgun Ach, komm, schon wieder. Oh, hat der ein Schwein, ey. Komm her. Was ist denn der? Oh, ficken, ey. Mann, ich bin verwirrt gewesen. Wir spielen noch wegen drei Prestigemaster aus einem Clan. Läuft bei uns. Ein bisschen kacke, ne? Und die sind alle in einem Clan. Bis auf der eine. Nein! Nein! Ja, genau, der hat mich durchs Schild durchgemessert. What? Du kriegst aber keinen Doppelpunkt, wenn du hier wieder gewinnst, okay? Doch. Nein. Doch, klar krieg ich den. Und wie ich den krieg, Tosny? Nein. Doch. Nein. Oh, doch. Das haben wir nicht abgemacht. Ist mir doch egal. Mir doch egal. Mein Kill! Du Hure, du Hure! Nein! Er hat mich weggeholt. Mein Kill. Nein! Ausgleich in die Gerechtigkeit, würde ich sagen. Na, ja genau, da habe ich den Bildschlag weggeholt. Jawohl. Wo sind denn hier die Nutten? Und hoffe ich eigentlich genau dir hinterher. Eigentlich nicht so eine gute Idee. Wer hat was von Erschütterungsgranaten gesagt? Nein! Wo war's denn? Wo bist du hingegangen? Nein! Wo war's denn? Wo bist du hingegangen? Ich stehe mit dem Gesicht zu denn und die killen mich. Wie? Ja, die können aber trotzdem deine Füße treffen. Ja, aber da ziehen die nicht hin. Die ziehen immer nach oben. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist das dein Plan also fett. Vielleicht wurde ich von denen fett. Weiß ich nicht. Ich bin so fett, dass meine Seiten am Schild rausgucken. Oder was? Ja, richtig. Sehntilentofli. Ich bin besser als du gewesen. Nee. Doch. 312. Du hast doch vielleicht mal weniger gestorben bist. Ja. Ich habe 313. Ja und? Ja, ich habe 312. Ja und? Trotzdem kriegst du jetzt bloß einen Punkt von der Vorrunde. Ja und du keinen. Ja. Also steht's 6-1. Ja. 6-1. Ist mir egal, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen. Längere Folge und so. Und tschüss. Und tschüss. Bis morgen.